So... Jaja, wie immer sei. Wir reisen jetzt hoffentlich ohne Abstürze. Erstmal zum Hausseeblick. So weit, so gut. Und dann sehen wir mal, ob das Spiel nochmal abstürzt. Aber jetzt erstmal herzubekommen, hier zurück zu einer weiteren Folge. Let's Play Skyrim Special Edition. Die Witcher 3 Version. Nein, keine Ahnung. So, ähm... Lydia. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ist mir ja, was du geschworen hast. Gib mir... ...den Baren. Dann mal los. Jaja. So, was kann denn weg? Das kann weg. Das kann weg. Da können eigentlich auch alle weg. Oh leu, ich hab 5 Ingridzen. Ja, RIP! Ähm... Jo... Den Rest brauche ich noch, so. Trigische Ort haben wir da drin. Wir brauchen... Ich bin zu blöd. Ich drücke immer R. Oh, Materialien. Schloss machen wir mal. Habe ich für das Schloss nicht mal mehr gebraucht. Wir machen mal ein paar Schlösser mehr. Dann... Bleibt das Buch bitte dort. Zimmermannswerkbank. Haus. Hauptraumtür. Fundament. Jo. 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 Und Raum. Nägel. Machen wir mal noch Nägel. Ist ja nicht so, als wäre das nicht schnell gemacht. So. Haben wir ein paar Nägel gemacht. Dann können wir mal hier weitermachen. Jo. Erster Stock. Dach, ähm... Erdgeschoss. Was fehlt denn hier? Nägel und Holz. Ja. Darf ich nochmal Holz drücken? Nö. Also, was sind da sonstiges? Eine Schmelzhütte. Basenbeschläge und Bruchsteine. Ja, das kriege ich, denke ich, äh... noch irgendwie hin. Sonstiges. Ja. Ablegen. Warte, wenn ich jetzt auf Truhe gehe. Wenn ich jetzt auf Truhe gehe. Ja, ist alles neben. Okay. Das... 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 Ne leere Weinflasche. Ja. Ich packe immer alles rein. So, den Rest muss ich drin wegpacken. Ne, ich geh jetzt keinen Stein fahren. Nicht mal für diesen Schmelzofen. So, jetzt was kommt hier rein. Sonstiges. Hier rein. Hier rein. Äh, das muss draußen rein. Rein, rein, rein. Rein. Schlüsselbücher. Kontakt. Kopfgeld, Kopfgeld. Was ist in Kopfgeld? Gut. Warte Ahnung. Begonne hatten. Jo. Das haben wir ja schon gemacht. Was ist das hier? Äh... Ja. Kontakt. Ja. Das kann ich eigentlich wegwerfen. Alles. Ich kenne Kerzenschein bereits. Nein. Klose. Heldmut kenne ich auch. Gut. Alter. Waffen. Habe ich irgendwas, was hier... Wieso habe ich ein Eisendeutsch? Den packen wir mal weg. Den packen wir mal weg. Den packen wir mal weg. So, Waffen. So, Kleidung. Und Stender. Ich benutze kein Schilder. Das kann was weg. Das kann weg. Das kann weg. Das ziehe ich an. Das kann weg. Komm, packen wir die mal weg. Das kann weg. Und die Rüstung einfach. Wir verkaufen erstmal davon nix. Ich trinke. Ich behalte mir auch immer noch Schriftrollen. Und das kommt weg. Zutaten. Die wiegen eigentlich auch richtig viel. Ich muss wirklich mal weitermachen mit Alchemie. Aber jetzt erstmal... Ich bin zu blöd. Ich habe jetzt einen Timer zu starten. Ähm... Halt. Wir haben jetzt... Was? Was? Ja, Klappe. Und Ruhe. Sonstiges. Weg damit. Alles. Ja. Speichern. Map. Diebesgilde. So. So. Wie ich es jetzt mitbekomme. Bei der Diebesgilde ist es so... Alle zehn Aufträge gibt es eine besondere Aufgabe. Von... einem. einem. Also... Alle zehn Aufgaben bei Vex und alle zehn Aufgaben bei Delven. Was war das denn? Egal. Ähm... Hallo. Kann ich eine spezielle Aufgabe machen, mit der ich dann die Gilde quasi wieder erweitere um ein Stück. Sprich, nach 60 Aufgaben habe ich eigentlich alle Missionen für die Gilde fertig. Aber ich kann weitere machen, um halt noch Geld zu kriegen. Glaube ich so, dass es ist. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich muss ja nochmal nachlesen. Bei den Gefährten habe ich noch keine Ahnung, wie das ist. Habt ihr Probleme? Bilanzfälschung ist erledigt. Dankeschön. Gut gemacht. Ich bin für die Diebstähle. Wenn ihr eine Woche bevorzugt, dann sprech... Also gut. Einfach... Immer schön die Augen offen und die Klappe geschlossen halten. Dann hast keine Probleme. Hier sind die Einzelheiten. Ähm... Die Bilanzfälschung... Woher muss ich das machen? Verginger... Kerzenscheinwinter... Naja, da geht's nicht. Nein. Wie schon. Weg, 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 weg. Wie müsste ich verkaufen? Wom geht's? Es geht um gar nix. Äh... Wecks, ich muss doch ganz kurz mit dir reden. Erneut. Wom geht's? Seid ihr fertig oder nicht? Ähm... Es ist also ein schönes Wert. Es ist für mich, weil her seit ich einen davon gesehen habe. Das ist ein Stein von Barenzia. Ist der was wert? Nicht in diesem Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone Barenzias entfernt, um seine Spuren zu verwischen. Ich glaube, es waren insgesamt 24. Die meisten Leute bewahren sie nur als Kuriosität auf. Im Laufe der Jahre haben einige gelben Mitglieder versucht sie zu finden, aber ohne Erfolg nun... Bis jetzt. Hört zu, ich kann nur Dinge kaufen, die ich schnell mit Gewinn weiterverkaufen kann. Und diese Steine will niemand haben, wenn nicht der ganze Satz beisammen ist. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn ihr auch die restlichen gefunden habt. Sonst behaltet ihn. Vielleicht bringt er euch Glück. So. Dann haben wir das schon mal gemacht. Mal wieder. Ist die leer? Mal. Hm. Gut. Dann gehen wir jetzt und machen, wie angekündigt, mit der Hauptkast weiter. Klammer Botschaft. Waren da? Ja, bitte. Na, was war ein Äpfel? Ich sehe überall Heiltränke und Eisenbach rumliegen, das ist so... Ich muss nach Einsamkeit... Nach Einsamkeit... Winterfeste... Damastern... Einsamkeit. Die Untertitel sind gar nicht mehr an. Aber wir brauchen es momentan noch nicht. Ding, 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 ding. Ich glaube, bis zu dem Teil schleichen kommen wir heute eh nicht. Warte. Ah, meine Schmählen werden wir nachher noch sehen. Kommt herein. Sag Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Komm her, du darfst jetzt auch mal was spielen. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ja? Und jetzt? Das ist ruhig auf einmal. Ein Held, ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, glaubt mir das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrad finden ihr Ende. Weh euch, weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht war das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, für wahr, das Drachenblut ist da. Du könnt doch sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten, ja? Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu sparen. Shit, jetzt habe ich die Diebesnissung abgelegt. Nebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt. Und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Schwerter habe ich. Uff, die Rüstung. Den Bogen werde ich nicht brauchen. Ja. Habe ich alles. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier. Keine Sorge. Waffen. Ja. Ne, das brauche ich nicht. Das Zeug. Zaubertränke. Ja. 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 Hier kommen die Lockpicks nämlich schon mit. Weil wenn ich dann jetzt schon da bin, dann räume ich auch raus. Ich gebe euch Deckung. Gott, wir gehen. Ja. Hätte ich jetzt noch vor. Ja. Ja. Das wird kein Problem. Ja. Guck mal, ich bin noch ärmer als du. Ist euch das nicht peinlich? Nö. Warum sollte es? Quest. Äh. Hier. Komm mal. Das tut. Das machen wir mal weg. Äh. Da runter. Da runter. Ja gut, dann laufen wir da runter. Alter, wie das klingt. Patsch, 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 patsch. Hallo. So. Dann schauen wir mal, ob wir die Schienen kriegen. Das mich keiner anhaut, diese von wegen Erregung öffentlichen Ärgernis. Ist das... Was ich mal was so tun? Nicht wirklich. Hm. So. Ihr habt den Hofer mal entdeckt. Das ist schön. Da ist der Hofer. Hm. 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 Was? Wunderfälliger geht's doch gar nicht. Hm. Bekleidungen. Hm. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Ja. Ich hab die Einladung, ja. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seid nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Lydia wartet. Oder? Oder? Tut sie das? Tut sie's nicht? Ja, Lydia wartet. Die Fertigkeit schlossknacken hilft dabei Türen und Behälter schneller, um mit weniger zu brauchenen Titeln zu öffnen. Ja, toll. Mäh. Ah, da kommt wohl noch jemand zu spät zu, Elenbends, kleine Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werter Herr. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen... Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Ich werde nicht die Absicht verspätet anzukommen. Vielen Dank, mein Herr. Geht einfach hinein. Eigentlich komm ich, ihr Lieb. Nun denn, hier ist meine Einladung. Ich habe keinen vergifteten... Den Gästen wird geraten, in der Botschaft zu bleiben. Ich tue nur meine... Ah, hat der wer Angst, dass irgendwelche Geheimnisse an die... Luft kommen? Nach oben kommen, so. Oder? Oder? An die Luft kommen? Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenbend, die Wohlschafterin der Talmor im Himmelsrand. Und ihr seid? Nicht interessiert. Wirklich? Wirklich? Hoffentlich nur Gutes. Aber ich fürchte, ich bin euch gegenüber im Nachteil. Ich weiß leider nichts über euch. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... Nach Himmelsrand? Was gibt es mal, Bonn? Wir haben leider keinen Altho-Wein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arendtier-Rotwein entkomme? Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Du guckst so komisch. Es tut mir leid, mein Herr. Ich bin im Dienst. Schade. Du guckst so komisch. Was kann ich euch bringen? Er? Was benötigt ihr? Hier, bitte der Herr. Feinster kolovianischer Weinbrand. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Natürlich. Lass mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Mhm. Ist das dann mehr? Schockstum? Ja, ein Mann, der weiß, wie man Geld macht, kann der Krieg eine äußerst gewinnträchtige Sache sein. Ich kann mich nicht erinnern, euch bei einem von diesen Anlässen schon einmal gesehen zu haben. Feste zu gehen. Und ich kenne jeden, der in Himmelsrand Rang und Namen hat. Vitoria, ihr müsst unbedingt jemanden kennenlernen. Er wähnt die Gilde nicht. Ihr solltet gar nicht mit mir sprechen. Es ist nicht der richtige Ort dafür. Warte, ich kenne dich, du. Habt ihr denn gar nichts über mich gelernt? Ich bin mit allen im Geschäft. Lasst mich jetzt allein. Ich will keinen Verdacht erregen, weil ich mit jemandem spreche, der eindeutig nicht hierher gehört. Bis zum nächsten Mal. Was macht denn... Wo ist das denn jetzt hin? Der große Krieg ist längst vorbei. Es ist Zeit, dass das Kaiserreich und der Altmeribund ihre Differenzen beilegen. Schreibt mir, es gibt keinen besseren Ort, um Kontakte mit den Mächtigen von Himmelsrand zu knüpfen. Oh, hallo. Ich hätte euch hier nicht erwartet. Ja, das kann man wohl sagen. Elend, wenn sie auf ihren Feiern immer den besten Wein ausschenken. Und auch das Essen ist köstlich. Ich muss aber zugeben, dass mich die Anwesenheit so vieler reicher und wichtiger Leute doch ziemlich nervös macht. Oh ja, absolut. So viele wichtige Leute aus ganz Himmelsrand. Na dann. Nur eine schöne Feier. Lasst mich euch nicht zurückhalten. Ich hoffe, es gefällt euch, mein Herr. Tut mir leid, aber ich denke, ihr habt erst einmal genug. Was? Auf Wiedersehen. Was? Kann ich den? Warte mal. Inventar, wenn ich den jetzt... Ich speichere auf einmal. Man weiß ja nie, was hier erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ich lasse ihn mal fallen. Quest... Ah, okay. Ah. Schade. Seht ihr den widerlichen Betrunkenen da drüben? Eine hochgestellte Persönlichkeit der Aufmerksamkeit... Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Ob ihr es glaubt oder nicht? Ah. Wie überspringen einfach immer das ganze Geplinkert. Halt sie dir groß wie ihre Seele in einem Heer von Pfennigfoxern und alten Knausern? Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu machen. Da wüsste ich schon was. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt. So ist es mein Händchen. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Händler. Warte, mein Gutes, kann ich noch? Was kann ich noch? Hier, bitte. Polyvianischer Weinbrand. Merci. Alle mal aufgepasst. Könnt ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle... Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. So. Optional. Schafft ihr den Ausrüstung zu kriegen? Aber ja auch nicht optional. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleib einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Ich seh. Folgt mir. Wer kommt am Albon? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mache. Ein Gast. Fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zerwani. Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Wohnzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Raus da. Wenn nichts gesetzt. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Beallt euch. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Alles klar. Die sind mir? Wieso sind die jetzt auf einmal gestohlen? Egal. Ähm. Bekleidungen. Anlegen, 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 anlegen. Questerbeck, die kann nicht entfernen. Waffen. Äh, Zaubertränke, ja. Essen. Ah, das ist so schön, wenn das einfach so leer ist, das Inventar. Wieso habe ich... Also, ja. Beeilung. Wenn jemand auf der Feier meiner Abwesenheit bemerkt, sind wir beide tot. So. Und dann diesen Punkt. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Partie. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein gestört. Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute, der Abgesandte, der Reged-Unsatz. Bevor wir jetzt hier weitermachen, muss ich leider die Folge beenden. Ja, Schleichspart, das Spannendste. Kommt leider erst in der nächsten Folge weiter. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten angekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann Leute, macht's gut. Tschau.